ARD Text im Auftrag von Funk So eine Antenne, groß und lang, schenkt einen herrlichen Empfang. Und ich kann gleich mein Spiel beginnen. Mit nicht nur einer wird gewinnen. Bei der Fernsehlotterie winkt ein Gewinn nicht nur für Sie. Ihr Los erleichtert manches Los. Auch das macht glücklich. Na denn, los! Überweisungen und Einzahlungen bei allen Postämtern, Sparkassen und Banken. Kotto 100.000 Guten Abend und willkommen, liebe Zuschauer. In den nächsten 50 Minuten Informationen aus der Wirtschaft. Aber keine Angst, bleiben Sie dabei. Zwar gibt es auch bei uns keine Goldmedaillen. Aber ich verspreche Ihnen ein buntes und auch spannendes Programm.